Moin Leute, hier ist wieder euer Dudy von der Ausleger und natürlich auch Fixit. Dieses Mal wollen wir uns mal ein Kennzeichen aufkleben. Ihr kennt unsere Kennzeichen und da kommen immer wieder die Fragen auf, wie macht man das richtig, damit das schön aussieht und haben wir uns gedacht, zeigen wir euch das mal einmal komplett. Also was ist der Plan? Wir wollen dieses Kennzeichen, das sind individuelle Kennzeichen, die wir herstellen für unsere Kunden nach Wunsch, mit Logo, ohne Logo oder auch individuellen Logos. Jedenfalls muss das jetzt auf Schlauchboot. Die erste Frage ist natürlich, wo muss das Ganze hin? Wir haben uns dafür entschieden, dass wir das jetzt hier knapp über dem Handleteil hier fixieren werden, so dass wir auch nichts hier abnehmen müssen, genug Fläche haben und im Endeffekt müssen wir jetzt erstmal reinigen. Wir arbeiten natürlich mit Fixit. Wir reinigen erstmal, wir kleben alles ab und dann zeige ich euch später an der Bergbank direkt, wie man das auch alles vernünftig macht. Jetzt fangen wir erstmal an. Wir versuchen das ganz schnell zusammen zu fassen. Das ist auch nicht schwer, wenn man mit den richtigen Materialien arbeitet. Erstmal der Cleaner, logisch, den brauchen wir zum Anlösen. Bevor wir das alles abkleben, nehmen wir uns einfach Cleaner, ein sauberes Mikrofasertuch und wischen erstmal die Stellen komplett staubfrei und natürlich auch fettfrei, dort wo später das Kennzeichen hin kann. Und macht das ruhig zwei, drei Mal hintereinander, drückt das richtig in das Material rein, damit ihr auch wirklich nirgendwo Silikate habt oder Staub oder Dreck oder was auch immer. Das muss richtig schön angelöst werden und sollte entsprechend sauber sein. Würde dann so aussehen, das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Doch jetzt geht es erstmal darum, dass wir uns die Maße abnehmen, damit wir keinen allzu großen Klebstoffüberstand haben. Und das funktioniert im Endeffekt so. Das ist immer die Frage, womit wollen wir anfangen? Ich würde sagen, damit von links nach rechts. Ich schätze, so sieht das ganz gut aus. Da braucht ihr auch nichts messen mit einem Bandmaß oder so. Ihr legt euch das einfach so hin, wie es euch passt, dass es alles schön in der Mitte ist und befestigt das dann vernünftig. Ich würde sagen, das sieht ganz gut aus. Wir legen das direkt an die Kante vom Händel und die Einstellung speichern wir uns erstmal, indem wir ein Abklebeband draufpacken zum fixieren. Und jetzt haben wir erstmal den groben Überblick und kleben alles vernünftig mit dem Abklebeband ab. Die Konturen mit einem Überstand von zwei, drei Millimeter, damit wir eine saubere Kante einfach später hinkriegen. Das machen wir jetzt. So, abgeklebt haben wir jetzt, wie man sieht, alles mit Überstand. Ich zeige euch das nochmal hier. Übrigens, hier unten wird das ein bisschen schwer abzukleben. Ist aber nicht schlimm. Wir werden einfach von Linie zu Linie frei Hand arbeiten. Dafür habe ich mir hier noch einen Strich gesetzt. Ganz einfach die Punkte quasi verbunden. Das reicht auch aus. Da unten wird man eh nicht mehr viel sehen. Ansonsten werdet ihr jetzt sehen, wenn man das jetzt hier mal anlegt, dass wir überall einen Überstand haben. Von zwei bis drei Millimeter. Je nachdem, wie ich es hinlege. Und das müssen wir dann natürlich später, das wird uns helfen, wenn wir das dann hier aufrollen, von einer auf die andere Seite, dass wir immer in diesem Feld drin bleiben zum Kleben. Wir haben jetzt, wie gesagt, das Boot soweit vorbereitet. Jetzt müssen wir die Kennzeichen vorbereiten, entfetten. Was wir auch noch gemacht haben, einmal mit einem Feuerzeug kurz an den Kanten lang gehen, damit die ganzen Phasen, die abstehen, abgeschmurkelt sind. Ganz kurz nur. Jetzt mache ich folgendes, damit ich das alles auch sauber kleben kann und kleben kann, ohne dass ich die bedruckte Fläche drecklich mache, lege ich mir das alles so hin. Erstmal klebe dann quasi die Kanten sauber mit unserem Abklebeband ab. Was ich dann auch später relativ gut wieder abziehen kann. Das reicht komplett, wenn wir das ganz leicht einfach nur draufbatschen. Und wie gesagt, es hilft uns einfach dabei, dass der Kleber hier nicht unterlaufen kann. Kann ich euch empfehlen. Ihr könnt natürlich auch aus der Hand heraus arbeiten, ist kein Thema. Aber so seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Das mache ich viel lieber. Denn wie gesagt, die Planen sind nur bedruckt. Das sind keine durchgefärbten Planen. Und deswegen können wir hier nicht mit dem Cleaner oder mit dem Kleber direkt auf die Oberflächen gehen. Da würden wir uns die Farbe natürlich kaputt machen. So. Drücken wir das kurz an. Ganz leicht. Und dann reicht das eigentlich schon. Ziehen wir das wieder ab von unserer Arbeitsplatte und haben hier jetzt eigentlich unsere saubere Arbeitsfläche, die wir nutzen können. Und so machen wir das auch gleich. Haben wir alles vor uns. Wir nehmen wieder unseren Cleaner, unser Mikrofasertuch. Das erste, was wir wie immer machen, ist entfetten und alles befreien von Silikaten und was hier noch so von der ganzen Produktion übrig ist. Und dann gehen wir immer von innen nach außen. Nehmt bitte immer ein Fixed Mikrofasertuch oder ein anderes Mikrofasertuch. Aber auf jeden Fall muss das gewaschen sein und darf auf keinen Fall ausbluten. Ansonsten hättet ihr jetzt hier überall Farbe oder auf dem Schlauchboot Farbe drauf. In der Farbe von dem Tuch. Deswegen ganz vorsichtig von innen nach außen schön entfetten. Das gleiche machen wir mit dem anderen. Dann zeige ich euch noch einen kleinen Trick zum Kleben. Damit mir das Kennzeichen nicht immer hin und her rutscht, klebe ich das nämlich auch gleich nochmal am Tisch fest. So, jetzt habe ich das hier alles offen. Dann mache ich einfach nur einen Klebeschreifen nochmal. Cut! Cut! Nein, passt. Ich habe gerade das Ding hier abgerissen. Leider ist aber nicht schlimm. Gehen wir wieder so rum. Dann kommt hier noch ein Puppi drauf. Zack. Da sieht man, worum es hier geht im Endeffekt. Den reiße ich mal wieder ab. So. Komm mal ran, ich zeige dir was. Im Endeffekt habe ich die Kennzeichen jetzt abgeklebt. Hier habe ich nochmal ein Puppi drauf gemacht, damit ich, wie gesagt, von oben nach unten mich bewegen kann. Können wir auch gerne hier nochmal machen und hier nochmal machen. Wie gesagt, das lohnt sich richtig, weil ihr später schneller arbeiten könnt und der Kleber kann dann nicht unterlaufen, weil das Kennzeichen nicht mehr wandert auf der Platte. Ganz einfach. So, alles vorbereitet. Hände sind sauber. Im Endeffekt machen wir jetzt unser Gemisch fertig. Ich will zum Kleber gar nicht mehr viel sagen. Ich habe so viele Videos über die Kleber. Wir nutzen den Fixed 1K. In der Auftragsarbeit immer mit Booster. Ich würde euch auch im Privaten immer empfehlen, mit Booster zu arbeiten. Einfach, weil die Boote in der Sonne stehen. UV, all so eine Geschichte. Und dann hält das einfach besser. Sieben Prozent. Das heißt, ich werde jetzt hier für ein Kennzeichen 50 Milliliter anmischen. Da mache ich nochmal 50 Milliliter Cleaner rein. Und 50 Milliliter sieben Prozent. Das sind dreieinhalb Milliliter Booster. Die ziehe ich mir mit der Spritze auf. Mische alles zusammen. Fixed 50 Milliliter. Kommt erstmal rein. Wir haben ja auf unseren Mischbechern die Skalierung. Ganz einfach. Gib ich einfach zu. 50 Milliliter. Übrigens werdet ihr euch jetzt vielleicht fragen, was ist das für eine riesen Tuppe. Das sind unsere großen Karten für die Händler und Produzenten. Wird es wahrscheinlich aber nächstes Jahr auch für die Privaten geben. 50 Milliliter Kleber. Dann nehmen wir uns die gleiche Menge. Wir machen das schön dünn. Cleaner. Verdoppeln also auf 100. Dann haben wir 100 Milliliter von dem Klebstoff-Cleaner-Gemisch. Dann nehmen wir uns dreieinhalb Gramm Booster. Also sieben Prozent auf 50 Milliliter Klebstoffkonzentrat. Das geht mit der Spritze sehr, sehr schnell. Dreieinhalb Milliliter. Bub. Das war's. Dann nehmen wir uns ganz schnell einen Spatel zum Drehen oder Rühren. Machen den Booster wieder zu. Und eigentlich ist das Gemisch jetzt fertig. Wird komplett vermengt. Einmal gut durchrühren. Dauert zwei Minuten und dann können wir auch direkt weitermachen. Wir nehmen uns für die Geschichte einen breiten Kuchenpinsel. Der hat jetzt nicht die beste Qualität. Ich zeige euch aber wie man auch mit schlechten Pinseln relativ gut arbeiten kann. Nehmen wir uns wieder einen Mischbecher. Ein bisschen von dem Cleaner. Das ist übrigens, das gilt für jede Pinsel. Also jede Pinselart. Ob professionell oder nicht professionell. Man sollte die immer erstmal in die Verdünnung tauchen und dann einfach auf einem, auf einer Oberfläche mal trocken wischen. Das könnt ihr ein, zwei Mal wiederholen. Meistens lösen sich da die gröberen Härchen und ihr könnt dann vernünftig arbeiten. Sollten wir hier in der Verklebung noch Haare drin haben, dann kann ich die auch später rausziehen, bevor ich das verklebe. So. Und im Endeffekt haben wir jetzt den sauberen Pinsel. Wir nehmen den Kleber und legen jetzt eine Schicht drauf. Das muss nicht so dick sein. Das muss nur vernünftig ins Material eingearbeitet werden. Und das machen wir so, indem wir erstmal die komplette Fläche einschmatzen. Und dann sehen wir auch gleich, wie cool das ist. Weil sich das hier nicht bewegt, kann ich das komplett einpinseln und verliere meinen Fokus hier nicht. Da machen wir auf jeden Fall erstmal grob überall was drauf. Und die Kanten lassen wir noch außen vor. Weil die Kanten müssen, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Dann nehme ich mir wahrscheinlich einen kleinen Pinsel Pinsel und arbeite dann auch von innen nach außen. Entschuldigung. Von innen nach außen. So. Pinsel kann hier drin bleiben. Dann nehmen wir uns den kleinen Pinsel hier und machen genau das gleiche. Nur von innen nach außen pinseln. Das dauert dann ein bisschen. Ich weiß, jetzt wird der ein oder andere Profi sagen, das geht viel schneller und das geht viel besser. Und ich mache es so. Und so funktioniert es. Und so hat es schon immer funktioniert. Immer schön von innen nach außen streichen. Und richtig schön ins Material einarbeiten. Nicht einfach nur einmal rüber pinseln, sondern richtig schön ins Material. So. Und das machen wir jetzt komplett. Mit beiden Seiten. Und dann zeige ich euch nochmal, wie wir das am Boot machen. Und dann geht es weiter mit der Montage im Endeffekt. Die Kennzeichen sind eingestrichen. Und jetzt geht es weiter mit der Bootseite. Eigentlich ist das noch einfacher als die andere Seite, weil wir hier komplett mit dem breiten Kasten Pinsel arbeiten können. Aber hier haben wir ja nichts abgeklebt. Das heißt, wir arbeiten jetzt aus der Hand heraus. Und das würde ich jetzt erstmal machen, damit ich später komplett einlullen kann. Und was ich auch ganz gerne mache, wenn ich Applikationen überklebe und hier solche Kanten habe, dass ich diese Kanten einmal zuvor richtig satt einpinsel. Einfach, weil ich mit diesem kleinen Pinsel viel mehr die Möglichkeit habe, diese Ecke auch wirklich mit Kleber zu bestreichen. So. Ansonsten, wie immer, anders als beim Kennzeichen arbeiten wir hier von außen nach innen. Damit wir den Kleber nicht reinstopfen. Beziehungsweise unter die Applikation oder unter das Abklebeband. Ihr versteht mich schon. Jetzt machen wir mal eine Freihandlinie. Und das geht im Endeffekt auch relativ einfach. Hier ist es ja nicht so wichtig. Dafür braucht ihr ein gutes Licht. Und dann müsst ihr gucken, von welcher Seite aus ihr zieht. So, ich sehe jetzt das Licht. Und jetzt ziehe ich einmal hier lang. Und wir sehen schon, der Klebstoff reicht hier nicht aus. Ist aber nicht schlimm. Wie gesagt, wir linieren uns die ganze Kante hier einmal lang. Und dann ist die Sache erledigt. Wie gesagt, wir sind hier nicht bei den Feinwerkmechanikern. Das muss nicht 100% sein. Hauptsache, ihr habt einen Klebstoffübertrag. So, dass das Kennzeichen hier auch schön kleben kann. Dann gucken wir uns das nochmal an, ob hier alles abgedeckt ist. Das sieht ziemlich gut aus. So. Und das war es im Endeffekt. Jetzt kommt der breite Kasten wieder. Wie ich auch in den anderen Videos immer wieder sage, ich habe immer zwei Mischbächer am Start. Der eine Mischbächer ist mit Cleaner, der andere mit Kleber. Und so kann ich dann auch meine Pinsel immer feucht halten. Gut. Dann geht es weiter mit dem Auftrag der gesamten Fläche. Dann nehmen wir uns erstmal schön viel Kleber und gehen dann von außen nach innen. Ganz entspannt. Ich würde euch auch gar nicht empfehlen, dass ihr streicht, sondern so wie ich es jetzt mache, immer so kurze Ditscher aus der Kante heraus. Dann habt ihr das Problem nicht, dass ihr den Kleber unter die Kante laufen lässt. Funktioniert eigentlich ganz gut. So. Und schön einstreichen. Ihr seht ja, ich streiche das nicht nur einmal ein. Hier sieht man übrigens ein Haar. Das entferne ich später, wenn es trocken ist. Ist kein Problem. Dann arbeiten wir einfach von außen nach innen. Ganz einfach. Schön einmassieren. Die ganze Geschichte. Darf auch ruhig etwas dünner sein. Hier auch nochmal komplett einmal überstreichen. Immer darauf achten, dass der Pinsel nicht trocken läuft. Das spürt ihr dann, wenn der anfängt zu bremsen, quasi auf der Oberfläche, dass ihr einfach zu wenig Klebstoff habt. Gerade jetzt, wir haben, weiß ich nicht, über 30 Grad. Es ist zwar schon dunkel, ist aber total schwül. Was eigentlich nicht gut ist für die Verklebung. Luftfeuchtigkeit ist immer schlecht. Deswegen werden wir jetzt mit dem Heizluftfön auch nochmal arbeiten, um die Feuchtigkeit rauszubekommen. Sieht man hier übrigens auch an dem Kleber, der jetzt weißlich anläuft. Macht er eigentlich nicht. Soll er auch nicht. Macht er aber, wenn wir sehr viel Wasser, also Luftfeuchtigkeit haben. Und deswegen werde ich hier nochmal sowieso mit dem Heizluftfön rübergehen. Kleber hat jetzt fünf Minuten abgebunden. Haare haben wir wie gesagt rausgemacht. Mit einem Cutter einfach ganz fein drunter gehen. Da sieht man noch diese Striche hier. Ist aber nicht schlimm. Darunter ist der Kleber. Jetzt müssen wir den Klebstoff reaktivieren. Nutzen das aber auch gleichzeitig wegen der Luftfeuchtigkeit. Man sieht ja, dass es so ein bisschen matt geworden ist. Und ihr werdet gleich sehen, wie die Feuchtigkeit rausgehen wird, indem der Kleber glänzt und aufhört matt zu werden. Und mehr müssen wir eigentlich nicht machen. Wir haben hier das eine Kennzeichen. Das ist übrigens die falsche Seite. Nehmen wir uns gleich das andere Kennzeichen. Machen beides warm und dann rollen wir es von einer Seite auf die nächste. Brauchen dann unsere Spezialwerkzeuge, Applikator und Andrücker. Auf jeden Fall den Andrücker. Also hier die Rolle. Und den Applikator nutzen wir, um später die Kennzeichen in die Applikation reinzudrücken, in die Kanten. Genau. Jetzt holen wir das andere Kennzeichen, machen alles warm und dann geht es weiter. So, jetzt machen wir alles schön warm. Niemals auf einer Fläche drauf bleiben. Falls ihr noch kein Gefühl für das Material habt, könnt ihr wie gesagt auch gerne ein Heißluftföden benutzen, den man einstellen kann. Und dann empfehle ich euch, dass ihr den so 160 bis 180 Grad einstellt. Da macht ihr nie was verkehrt. Ansonsten einfach mal die Hand drauf drücken. Und wenn man da so ein, zwei Sekunden festhalten kann, dann ist das ungefähr die richtige Temperatur. Immer schön rumkreisen. Die ganze Fläche schön warm machen. Schauen, dass das Matte hier rauskommt. Ich sehe jetzt schon fast keinen weißlichen Film mehr. Und der Klebstoff ist gleich auch wieder reaktiv. Was wir machen, das Abklebendant, lassen wir erstmal drauf. Damit wir wissen, wie wir es kleben wollen. Ist einfach einfacher als Hilfe, als Leere. Und wenn das Kennzeichen dann drauf ist, dann machen wir das einfach ab. Ganz einfach. Richtig schön Flamme drauf geben. Und dann müssen wir das sofort aufnehmen. Und natürlich auch vernünftig ausrichten. Ist nicht ganz so einfach. Geht aber meistens doch irgendwie ganz gut. So, was ich gerne mache, dass ich mir das so ein bisschen rückwärts halte. Und dann quasi kommen wir hierher. Am besten, da sieht man das. Dass ich das erstmal nur ganz leicht auflege. Versuche den richtigen Sinn erstmal hier zu finden. Ich lege das jetzt wirklich nur leicht drauf. Und hoffe jetzt, dass ich das halbwegs vernünftig ziehen kann. Mit der Kontur. So. Und dann streiche ich das ganz entspannt aus. Damit ich auch keine Luftblasen drauf kriege. Rolle das aber auch nochmal vernünftig aus. Das ist jetzt wirklich nur, um erstmal den Halb hinzubekommen. Das sieht ziemlich gut aus. Prinzipiell. Und jetzt das erste, was wir machen, dass wir hier in die Kontur reingehen. Nicht zu doll. Ich hoffe, man erkennt das. Dass wir das erstmal schön anpressen. Hier an der Kontur. Damit das optisch ganz nice wird. So. Und jetzt machen wir nochmal eins. Noch mal ganz kurz warm machen. Komplett warm machen. Und dann mit der Andrückwalze und der Andrücker quasi nochmal richtig schön glatt abbrechen. Die ganze Luft rausdrücken. Das Material schön sich legen lassen. Jetzt sehen wir auch, wie geil das ist mit dem Überstand. Wir haben jetzt ein, zwei Millimeter Überstand. Das können wir auch so lassen. Ich würde das gar nicht mehr reinigen. Und was auch sehr gut ist, wenn ihr das warm macht, lässt sich auch das Abklebeband besser abziehen. Ohne Rückstände. Schön spitz abziehen. Und ihr seht auch gleich das coole Ergebnis. Schön sauber geworden. Das bereinigen wir gleich noch alles. Ich möchte jetzt die Fläche nicht auskühlen lassen wieder. So. Das passt. Und jetzt gehen wir quasi von der Mitte nach außen und drücken uns das alles schön raus. Dann sehen wir auch gleich, wie das quasi die Oberflächenstruktur von dem darunter liegenden Material annimmt. Immer schön ausstreichen das Ganze. So. Dann können wir hier die Kontur nochmal langfahren. Das drückt sich auch nochmal schön an. So. Das ist das Ergebnis. Finde ich soweit ganz schön. Wir können jetzt hier nochmal ein paar Korrekturen vornehmen. Das können wir ein bisschen warm machen auch und das nochmal langziehen. Ich bin aber zufrieden damit dieses Boot wird später wieder zusammengeklappt. Deswegen stören mich jetzt kleinere Fehler nicht, weil die Fehler kommen sowieso noch dazu. Hier sehe ich, ist noch ein bisschen Luft drunter. So Leute. Eine Woche später. Wir haben das jetzt einfach ruhen lassen. Ihr seht ja, dass ich auch ein bisschen anders aussehe. Jetzt sind wir gerade bei der Abholung und ich stehe wieder mal vor der Kamera und zeige euch einfach das Ergebnis bzw. das habt ihr eigentlich schon gesehen. Daran hat sich jetzt nichts verändert. Das Boot ist weiterhin aufgepumpt gewesen. Der Kunde holt es jetzt ab. Hat Spaß damit. Hat sein Kennzeichen. Und das war es eigentlich. Wenn ihr auch so ein Kennzeichen haben wollt, guckt auf meine Seite. Der Ausleger. Wenn ihr das selber kleben wollt, dann schaut mal bei Fixit vorbei. Ansonsten alles alles Liebe aus Berlin aus der Marina Lanke. Peace.